hallo schön dass du eingeschaltet hast heute möchte ich mich einer frage widmen die mir immer wieder gestellt wird und zwar wie funktioniert das beim strategischen tausch das lohnt sich doch gar nicht wenn man bedenkt dass jedes mal beim kauf aufschläge berechnet werden und beim verkauf abschläge und deswegen habe ich mir mal die arbeit gemacht und habe eine excel geschrieben dort habe ich mir einen namenhaften edelmetallhändler ausgesucht ja den du höchstwahrscheinlich kennst aber dessen name ich jetzt hier nicht nennen werde habe mir die konditionen dort rausgepickt und vergleiche das mit dem anbieter den ich für mich gewählt habe und der abwicklung über ein zollfreilager und habe dort sämtliche gebühren berücksichtigt sowohl bei dem edelmetallhändler wo man im onlinehandel die stücke kauft als auch bei mir bei der abwicklung über zollfreilager das schauen wir uns jetzt mal genauer an so das sieht jetzt hier auf den ersten blick ein bisschen verwirrend aus ich will dir diese tabelle einfach mal schritt für schritt erklären das heißt also die überschrift ist strategischer tausch nach gold silber ratio wie das im einzelnen funktioniert da gibt es schon zahlreiche videos bei mir die gold silber ratio drückt aus wie viel uns ein silber du für eine und so gold bezahlen muss oder umgekehrt wie viele uns ein silber du für eine und so gold bekommst und die errechnet sich natürlich aus den börsen preisen ja also nicht aus den preisen die es bei den händlern gibt und da habe ich hier das ist vom heutigen tag also vom fünften ersten hier stets der gold preis und der silber preis und die gold silber ratio die sich daraus ergibt und dann habe ich mir hier mal rausgesucht wie gesagt bei einem namenhaften anbieter den du sicherlich kennst was kostet eine und gold beispielsweise wiener philharmoniker wenn man sie dort kauft ja also der verkaufspreis oder was bekommt man dafür wenn man die dort bei diesem anbieter zurückgibt so und dasselbe für silber ja hier muss man wenn man eine und so silber vielharmoniker kauft 30 euro 70 bezahlen und wenn man die dort verkauft kriegt man 23 euro 05 ja und daraus habe ich hier die gebühren abgeleitet ja hier steht zwar abschlag aber wie du siehst hier bei diesem anbieter kriegt man selbst beim wenn man dem dann die gold minze verkauft kriegt man immer noch ein bisschen mehr als den börsenpreis also hier gibt es im grunde keinen abschlag deswegen ist das hier ein positiver wert so und hier beim abwicklung über zollfreilager einfach damit die begriffe übereinstimmen hier ist es tatsächlich so dass es dann beim verkauf beispielsweise einen abschlag gibt sowohl bei gold und bei silber und du siehst auch gold ist hier etwas teurer und das liegt einfach daran dass man das ganze hier natürlich auch physisch einlagert das heißt die gold teile werden gekauft werden dorthin gefahren in die schweiz ja und die ganze abwicklung und so kostet geld deswegen ist das hier ein bisschen teurer als wenn du das im online handel bei diesem anbieter hier kauft aber ist jetzt von der sache auch nicht so relevant jedenfalls diese gebühren die setze ich hier bei meiner berechnung an das heißt jeder kauf und verkauf passiert immer unter berücksichtigung der entsprechenden kosten und wir schauen uns mal an wie das ganze hier funktioniert ja ich setze mal voraus jemand hat 100.000 euro die er umsetzen möchte in edelmetalle ja und das kann er natürlich einerseits tun indem er dann zu diesem online händler auf die webseite geht und dort dann die wiener philharmonika kauft ja du siehst hier unten einkauf nach gold silber ratio dass wir als allererstes silber kaufen denn bei 79 05 gold silber ratio ist silber im vergleich zu gold unterbewertet und man kauft natürlich das unterbewertete und nicht das teure so im online handel bekommt man dann 3,25 7,33 unzen silber und hier muss ich gleich anmerken das funktioniert natürlich im online handel nicht denn dort kannst du nur die stücke kaufen die es dort gibt das heißt eine unze halbe unze viertel und so und so weiter aber das war mir jetzt zu kompliziert noch die einzelnen stücke raus zu suchen und da die entsprechenden auf und abschläge raus zu suchen deswegen habe ich das jetzt einfach mal mit kommastellen runter gebrochen ja beim zollfreilager spart man beim silber die mehrwertsteuer ein und auch der aufschlag ist erheblich geringer ja wie du siehst ist hier beim online handel der aufschlag bei 39,355 prozent sportlicher aufschlag und über das zollfreilager nur 9 prozent und das schlägt sich natürlich nieder das heißt wenn die 100.000 euro umgesetzt werden bekommt man die 3257,33 unzen über den online handel und 4164,46 unzen über das zollfreilager ja und das sind mal eben schon 900 unzen mehr als beim online handel ja das wirkt sich natürlich aus so und was du natürlich auch berücksichtigen musst ist dass derjenige der das hier über den online handel macht diese 3257,33 unzen natürlich auch irgendwo unterbringen muss das ist eine menge volumen aber darum soll es jetzt hier auch nicht gehen so jetzt ist die frage wann lohnt sich ein tausch so um diesen strategischen tausch mal von der logistik her zu erklären also wenn du das über den online handel machst dann heißt das tatsächlich dass du im ersten schritt physische edelmetalle kaufst also in unserem beispiel silber danach musst du dieses gekaufte silber wieder an den händler zurückverkaufen und dafür gold kaufen ja und dann beim rücktausch her von gold in silber musst du das gold wieder verkaufen und dafür silber kaufen das heißt letzten endes du musst es durch die gegend schicken oder aber hinfahren ja und das ist bei dem silber natürlich eine ordentliche schlepperei aber sei es drum ja also die logistik über den online handel ist hier wirklich herausfordernd wenn ich das mal so sagen darf und über das zollfreilager wird dir die gesamte logistik abgenommen das heißt du gibst einen auftrag dann werden deine physischen edelmetalle verkauft und die anderen gekauft und wieder eingelagert das heißt letzten endes du unterschreibst stück papier schickst es hin und dann wird das ganze für dich erledigt nur damit wir mal verstehen wovon wir hier sprechen und es geht hier tatsächlich um physische ware das heißt wenn du silber über zollfreilager verkauft dann werden die ausgelagert verkauft dann wird gold gekauft ja und das wird wieder eingelagert physisch also es geht hier um eigentum und du siehst ich habe jetzt hier mehrere daten schon eingetragen wir fangen mal hier mit dem ersten an ich markiert es mal das heißt hier habe ich jetzt einfach mal ausgerechnet was passiert wenn wir zum beispiel zu dem zeitpunkt tauschen wo die gold silber ratio runter auf 55 sinkt also von 79,05 gesunken auf 55 so was würde passieren wir würden im dann das silber verkaufen und gold dafür kaufen im online handel würden wir unter berücksichtigung der gebühren selbstverständlich wieder für das silber 100 2414 76 euro bekommen und würden dafür dann gold kaufen ach ja hier oben habe ich dann einfach mal simuliert wie dann das preisverhältnis wäre ja nur damit du weißt wo die zahlen herkommen das ist natürlich willkürlich von mir aus gedacht einfach damit das verhältnis stimmt so also zurück hierher ja die 100 2414 76 euro dafür bekäme man dann 58,65 unzen gold das siehst du hier so und wenn wir das silber über das zollfreilager verkaufen wäre das dann in euro 122.000 13,56 euro und dafür bekäme man dann 69,417 unzen gold ist also hier nach diesem ersten tausch 1 zu 0 fürs eigentlich schon 2 zu 0 fürs zollfreilager denn wir hatten ja hier beim ersten silberkauf ja auch schon einen punkt gemacht so da dem gegenüber möchte ich jetzt hier zeigen was wäre wenn man wartet und bei einer niedrigeren gold silber ratio tauscht also wir gehen zurück haben silber gekauft und tauschen jetzt bei gold silber ratio 40 ja das habe ich hier simuliert ja das habe ich hier simuliert und dann würde man beim verkauf des silbers über den online handel 153 366,52 euro bekommen ja bei diesen preisen hier und über das zollfreilager 182 1715,81 euro ja das ist ja auch schon mal fast 30.000 euro mehr so und die setzt man dann um in gold ja auch zu diesem preis das heißt über den online handel bekäme man dann 80,6 44 unzen gold und über das zollfreilager 95,4 48 unzen gold so und im zollfreilager wird tatsächlich auf das gramm das ganze runter gebrochen das heißt da kannst du irgendwelche beträge überweisen und das wird dann aufs gramm runter gebrochen ja bei gold weil halt die wertdichte höher ist sogar noch auf ein paar nachkommastellen so das heißt auch hier wenn man die du siehst also im vergleich ja zum tausch bei gold silber ratio 55 es lohnt sich natürlich zu warten und je tiefer die gold silber ratio sinkt umso rentabler ist der strategische tausch aber du siehst hier bei einem unterschied von knapp 25 punkten lohnt sich das ganze schon ja denn wenn du hier die beträge anguckt hast du schon mal 22.000 euro mehr auf der kante und hier ist das natürlich der knaller ja wenn die gold silber ratio bei 40 ist dann ist das schon ein signifikanter unterschied zu dem was man vorher hatte so jetzt haben wir im grunde gold getauscht und das tauschen wir jetzt zurück ja also dieses hier so nahm ich hier gold silber ratio 70 ja also ist wieder geklettert nicht so hoch wie es beim einkauf war aber es ist im grunde jetzt um 30 punkte gestiegen das heißt wir tauschen jetzt das zurück das gold in silber bedeutet gold wird wieder verkauft das heißt du rennst jetzt mit deinen 80,664 unzen gold entweder persönlich zu dem händler hin oder machst es halt über versand ja wenn du bei diesem händler verkauft dann kriegst du halt so eine kiste so eine wertkiste und das wird dann von wer transport abgeholt jedenfalls das geld was du dafür bekommst sind 202 1416,49 euro das setzen wir wieder um in silber und dann hast du unter dem strich 4067 055 unzen silber so dasselbe im zollfreilager wie gesagt immer unter berücksichtigung der ganzen gebühren die 95 448 unzen gold umgesetzt in geld wären dann 232 654 13 euro und die dann wieder umgetauscht in silber wären dann 5.976 436 unzen silber so das heißt hier wurde im grunde zweimal getauscht ich habe jetzt darauf verzichtet dieses szenario auch noch mal zurück in silber zu tauschen mir geht es nur darum dass du dieses prinzip verstehst und auch erkennst dass selbst wenn es aufschläge gibt sich diese ganze sache auf jeden fall lohnt wenn die differenz des gold silber ratios zu dem zeitpunkt wo du eingekauft hast groß genug ist soja ich hoffe dass ich das jetzt hier so abstrakt das aussieht einigermaßen gut rüberbringen konnte und du erkennst dass man hier nicht nur mit seinem konzept zollfreilager nicht nur das vermögen vor zugriff schützen kann ja wenn dieses lager beispielsweise außerhalb der eu ist sondern auch ohne jetzt zusätzlich geld zu bezahlen das vermögen vergrößern kann ja die gold silber ratio die dreht sich im grunde immer nach ein paar jahren ja das heißt so in den letzten jahren so seit den 60ern war das im schnitt immer so alle viereinhalb jahre wo die sich so stark gedreht hat dass sich das richtig lohnt und letztendlich sind ja edelmetalle auf jeden fall ein langfristiges investment das heißt du hast dann die möglichkeit entweder edelmetalle zu kaufen und liegen zu lassen ja und zu hoffen dass dann die preise steigen beziehungsweise wenn dann eine währungsreform oder hyperinflation kommt dass dann in der neuen währung der vermögenswert sich steigert ja was natürlich auch sehr sehr wahrscheinlich ist oder du nutzt die möglichkeit und tausch strategisch und vermehrt dein vermögen noch immens ja und wenn du dir hier anguckst hier in geld was ich hier beim rücktausch an erlös beim verkauf des goldes habe dann siehst du dass man hier über variante online handel schon mal locker die 100.000 verdoppelt hat wir reden ja hier von einem zeitpunkt von vielleicht acht oder neun jahren und hier über das zollfreilager sogar mehr als verdoppelt und das musst du mit einer anlage erst mal hinbekommen also da bin ich skeptisch vor allem weil das hier wirklich auf nummer sicher ist ja du bist hier denn völlig in der materialwelt also in der edelmetall welt hier geht es wirklich nur um tausch du bist nicht darauf angewiesen wie die preise sind denn wenn du hier siehst bei ratio 40 war silber jetzt stark gestiegen hier ist es wieder gesunken ja beim gold genauso das geht halt hoch und runter ist aber völlig egal der vermögenswert steigt trotzdem ja das wollte ich dir zeigen ja wer sucht der findet natürlich wird jeder der darüber nachdenkt und noch nicht so tief in der materie drin steckt irgendwas finden was ihn stört ich kann dich nur motivieren dich darüber näher zu informieren denn es ist wirklich eine fantastische möglichkeit und vor allem bist du weil tatsächlich unabhängig vom geld und das ist es worauf es ankommt das geld verliert seinen wert durch schleichende inflationen je höher die inflation ist umso schneller geht der wert flöten und wenn du im grunde dich an einem tauschverhältnis für zwei edelmetalle orientieren kannst und da dein vermögen vergrößern kannst dann ist das eine tolle sache ja nähere informationen dazu wie du das machen kannst findest du natürlich in meinem kostenlosen kurs blende ich hier oben ein habe es unten als angepinnten kommentar drin und es steht noch in der kommentar box in der in der video beschreibung schaust dir an kostet dich nur zeit und kein geld und wenn du fragen hast ja dann kannst du ja auch gerne kontakt zu mir aufnehmen so ich bin durch mit dem thema danke fürs zuschauen und ich freue mich über deine kommentare dein like und das teilen dieses videos also bis zum nächsten mal